Chiquita Brands International, einer der größten Bananenproduzenten der Welt, und Fives Company, nach eigenen Angaben die älteste Fruchtmarke der Welt, wollen gemeinsame Sache machen. Bei einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde der weltweit größte Bananenhändler mit einem Jahresumsatz von rund 3,3 Milliarden Euro entstehen. Durch die Fusion erhoffen sich die Verantwortlichen Einsparungen von fast 30 Millionen Euro. Gehandelt werden sollen die Aktien des neuen Obstriesen an der Börse in New York. Die Firmenzentrale soll in Irland sein.